So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahme in der Hitze von Isaac Repentance. Wenn irgendwas schief geht, schieb ich's auf die Hitze. Ganz ehrlich, ich bin so unkonzentriert, es ist furchtbar. Die Folge, die heute rauskam, war Folge 80. Wir sind also immer noch... Ne, Quatsch! Heute kam Folge 81 raus. Ich nehme jetzt auf, Folge 88. Okay, wir sind also immer noch gute sieben Tage im Voraus, circa. Letztes Mal haben wir mit Apollyon Feast erledigt und Tainted Apollyon geholt. Und... Wollen wir es mal mit Forgotten probieren? Irgendwann müssen wir ja hin. Let's go. Was war Forgotten? Das war der Knochen-Heinzi, ne? Ja, 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 genau. Der hat zwei Knochen-Herzis. Und einen stabilen Knochen. Oh, weia. Kann er sonst irgendwas? Hoffe, ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts vergessen oder so, was er kann. Wie stark ist so ein Knochen? Ja. Achso, der kann aber... Oh mein Gott! Okay, aber das Gute ist, die Knochen-Herzen, solange die nicht kaputt gehen, äh, gehen die nicht kaputt. Und das ist ganz gut. Ähm. Gut, aber das dauert ganz schön lange, das aufzuladen. Das ist wahrscheinlich wieder was, was mit der Tierrate entsprechend steckt. Oh, weia. Wie stark ist das Ding zum Schlagen so? Ja, okay. Da haben wir schon mal einen Kollegen, den wir öffnen wollen. Aber ich kann nicht die ganze Zeit schlagen. Das ist nicht wie das Schwert, sondern ich habe so einen gewissen... Ich will nicht sagen Cooldown. Aua! Wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, ist mein Knochenherz weg. Das will ich eigentlich nicht... Kann ich das durch Steine werfen? Aha. Oha. 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 Na toll. Wow. Das war knapp, aber es hat funktioniert. Schön jetzt ein rotes Herz bekommen. Ist so ein rotes Herz? Während hat das jetzt irgendwas beim Meier? Man weiß es nicht. Ai, 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 ai. Okay, das dürfte den technisch eigentlich... Ja, okay, jetzt haben wir es ja schon. Ein Herz wäre mir lieber gewesen, aber du kannst mir noch ein Herz geben. Schade. Dann gib mir halt kein Herz. Ich würde aber gerne dieses rote Knochenherz nicht verlieren. Bitte triff mich nicht. Bitte gib mir ein Herz! Ah. Was ist das eigentlich für ein unteres Herz? Was gar nicht... Es ist ja kein schwarzes Herz. Das muss ja irgendwas anderes nochmal sein. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh, 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 Junge, 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 Junge. Oh, nee. Oh, nee. Okay, aber die schwarzen... Das ist ein blaues Herz, aber der greift trotzdem als erstes die Knochenherzen an, oder was? Warum das denn? Also, schön, dass ich jetzt ein blaues Herz bekommen habe, aber es nützt mir nichts. Oh, PhD, PhD, PhD wäre natürlich eine gute Einrichtung, Investition. Oh, jei, jei, jei. Wir haben hier so viele... Okay. Wir haben hier so viele Sachen schon wieder. Und ich werde nichts davon nehmen können. Es ist so traurig. Ich kriege mein Herz einfach nicht zurück. Es ist auch traurig. Aber gehen die blauen Herzen dann erst los, wenn die Knochenherzen weg sind, oder was ist das? Oh, das ist ein Schlüssel. Och, Mann, das ist nicht, was ich wollte. Ich wollte Bomben, oder... Mann, nix kriege ich. Oh, nix kriege ich. Okay. Da ist schon wieder so ein Ding. Ich frasste aus, ne? Ja, cool, da ist das Knochenherz dann auch weg. Ich meine, ich könnte auch wieder spielen, bis sie weg ist. Dann hätte ich sie schon mal als... Aber ich will eigentlich ein anderes Spacebar-Item. Eigentlich will ich sie ja gar nicht haben als Spacebar-Item. Ja, eher Stat-Ups oder irgendwas Brauchbares. Oh, nee. Ach, und jetzt bin ich tot? Wieso, wozu sammle ich überhaupt blaue Herzen ein? Was kann Forgotten mit blauen Herzen? Sammle ich die dann nur ein, um damit zu dealen? Oder wie ist der... Wie läuft der Hase? Ich hab von Forgotten einfach keine Ahnung mehr. Guck mal hier, jetzt kriege ich hier tolle blaue Herzen und die nützen mir gar nix. Was ist das denn? So ein Quatsch. Komm ich da ran? Kann ich mir das so holen? Nein. 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 Kann halt nicht. Mama mia. Erstmal langsam, aber das ist okay. Guck mal, jetzt liegen hier Herzen rum, jetzt nützen sie mir nix. Es ist doch immer traurig, echt. Kann ich dich kaputt machen? Wäre gut zu wissen. Nein. Okay, den juckt es überhaupt nicht. Ich war im Shop was, was ich hätte kaufen wollen würde. Nö, nicht wirklich. Ein guter Boomerang wäre ganz lustig. Damit könnte ich mir die Items hier holen, aber wenn wir das Geld nicht zusammen bekommen, dann bekommen wir das Geld nicht zusammen. So, aber jetzt haben wir mehr Damage, das ist schon mal gut. Okay, okay, okay. Wir werden hier auf jeden Fall in die beiden Truhen reingehen. Ja, keine Frage, aber erst spiele ich weiter, weil vielleicht gibt es ja noch einen goldenen Schlüssel in der Ebene. Okay, es gibt noch eine dritte Truhe. Auch die, aber da komme ich nicht ran ohne eine Bombe. Okay. Okay. Okay, dann gehen wir erst mal an die Truhen ran. Weißt du? Das war's nicht wert. Das war's wert. Boomerang, come to me. Sehr gut. Sehr gut. Boomerang. So. Kann ich mit dem Boomerang, konnte ich auch, glaube ich, den Kollegen hier, ne? Yes. Sehr gut. Und dann kann ich mir jetzt nämlich auch die Sachen hier fetchen. Chillig. Und dann haben wir jetzt nämlich auch eine Bombe, mit der wir die Truhe öffnen können. Und das kann ja am Ende was wert sein, diese Truhe zu holen. Komme ich auch so an die? Also kann ich jetzt auch so? Nein, okay. Muss ich schon sprengen. Dann sprengen wir mal. Wie, jetzt ist es nicht wert. Das war's wert. Wobei, äh, Effekt, also Affected Range überhaupt lost? Äh, Quatsch, Lost. Forgotten. Oh, du, du schon wieder. Aber jetzt habe ich nämlich einen schönen Boomerang, mit dem ich dich einfach Friesen kann. Habe ich mir so gedacht. Ey, nicht nochmal treffen, Freund. Gib mir ein Herz. Aber ich meine, es sind genug auf der Ebene. Es sind genug auf der Ebene, ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wir kommen wieder, wir kommen wieder hin. Tiers ab dürfte das aufladen. Ja, 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 genau. Verschnellertes Aufladen. Aber heißt das jetzt, sehe ich das jetzt richtig, dass ich jetzt... Also die blauen Herzen nützen mir... Wofür habe ich die? Was macht Forgotten mit blauen Herzen? Ich habe es noch nicht. Wir werden sehen. Vielleicht kommen die ja irgendwann nicht... Ich habe es vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Keine Ahnung. Ob man damit irgendwas Spezielles machen konnte oder nicht. Und wie ist denn das jetzt? Wenn ich jetzt einmal getroffen werde, habe ich halt gar nicht Rothherzschaden. Geht das dann auf den... Das geht doch bestimmt sofort auf den Deal. Nicht, dass ich es rausfinden wollen würde. Dann gehen wir jetzt mal noch nicht hier durch. Ja, ja, moin. Aber habe ich dann überhaupt einen Schutz? Wir werden es rausfinden müssen. Aha. Gut, da kann ich eh nichts machen. Kann ich mit dem Boomerang die aufmachen? Nein. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Kann ich mit dem Boomerang die drücken? Nein. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ah ja. Gut, da komme ich ja ran. Gut, dann nehme ich die Bomben mit. Gut, dann nehme ich den Boomerang die drüber geredet haben. Okay, es hat den nicht... Es hat den nicht... Es hat dem nichts ausgemacht. Es hat dem nichts ausgemacht. Interessant. Das heißt... Das heißt... Das heißt ja eigentlich, dass wir dann sogar einen relativ sicheren Deal immer haben, wenn die Knochenherzen das gar nicht... Also, wenn das nicht auf die... Also, ne? Wisst ihr schon, was ich meine? Okay, wir haben zwei Bomben. Wir werden zweimal sprengen. Das Ding ist, ich werde aber mal so sprengen, dass ich vielleicht noch einen Geheimraum freilege. Einmal hier. Ja, nö. Ist in Ordnung. Äh... So vielleicht? Ja, das ist doch ein guter... Das ist doch ein guter Deal gewesen. Wo kann man das anbieten? Jetzt kann ich die zwei noch sogar sprengen. Dann habe ich da auf jeden Fall... Ich meine, da habe ich auf jeden Fall jetzt ordentlich was rausgeholt. Natürlich hätte ich mit Geld mehr spielen können. Aber ich meine... Look at this. So, und dann gucken wir mal, ob hier ein Geheimraum sein könnte. Nein. Yo! Du kommst zu mir. Du kommst zu mir. Sehr, sehr nice. Und er kriegt... Er kriegt sogar ein Knochenherz als HP ab. Das ist ja noch nicer. Wir können uns in den Stachelraum sprengen, wenn ich Glück habe. Schade. Sehr schade. Dann muss der andere trotzdem hier sein. Nein! For real nicht. Oh je. Das wird ungünstig. Okay, perfekt. Ah, ich hätte den Pummerang werfen können, die Trottel. Ah, ja, okay. Da ist der Geheimraum. Dann können wir uns in den Shop sprengen. Oder aber... Wir öffnen den Shop einfach mit dem Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wenn mir blaue Herzen... Aber wozu gibt es überhaupt dann blaue... Ich verstehe das nicht. Ich werde jetzt mal so sammeln, dass ich die blauen Herzen voll bekomme. Immerhin kriege ich ja die Bombe wieder. Also insofern war das in Ordnung. Ne? Aber ich verstehe nicht... Ich will so oder so reingucken. Also, keine Ahnung. Natürlich gucke ich rein. Komm, tut er die. Sehr nice. Aber mit 10 Münzen will ich eigentlich gar nicht in den Shop rein, unbedingt. Auch mit 12 nicht. Okay. Ich denke, das passt so. Ich denke, das passt so. Ach, komm. Hätte er ein siebner Item geben können. Ah, ich kann zumindest nochmal Münzen rausholen. Aber hier ist an sich sowieso nichts, was ich jetzt... Unbedingt gebrauchen könnte. Gut. Dann... Spielen wir gegen den Boss. Wer weiß... Wow, okay. Alles klar. Aber wirklich sehr interessant, die Geschichte mit dem... Perfekt. Wow. Unser Damage ist ja schon richtig... Nein. Oh, nochmal P ab. Ja, gib mir das. Prima. Ja, gehen wir weiter. Ah, nee, nee, nee. Jetzt können wir ja... Hahaha. Jetzt können wir ja völlig, ohne das Knochenherz zu verlieren, den Stachelraum betreten. Ich muss nur aufpassen, dass ich im Stachelraum nicht noch getroffen werde. Dann dürfte das alles gut gehen. Na, da muss ich jetzt aufpassen. Ja, weg mit euch. Okay, wenn da jetzt Bad Trip dabei ist, habe ich halt verloren. Ja, okay. Alles nichts Dramatisches. Alles in Ordnung, kann man anbieten. Ärzten wieder sammeln und ab dafür. Gut. Gut, 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 gut. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles gemacht, was ich machen konnte. Jetzt lassen wir gleich das Twinket hier liegen. Wobei, ist... Nee, äh, äh, äh... Eigentlich ist Quatsch, wir können es ja mitnehmen. Ich meine, ich kann es ja auch zum Schluss dann bei... Bei Dads Note auch ablegen. Sollte ich es einfach die ganze Zeit jetzt mitnehmen. Ne? Man kann es ja mitnehmen. Die Sache ist ja, wir haben schon mal ein Twinket. Und dieses Twinket geht auch nicht kaputt. Okay. Da würde ich doch fast reingehen in die Nummer hier. Nein, 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 nein Aber dann haben wir das jetzt auch gelernt, wie das funktioniert. Ja, okay, okay, war blöd. Ist in Ordnung. Nehme ich so hin, dass das blöd war. Ist in Ordnung. Oh mein Gott, kann ich dich so öffnen? Kann ich dich so öffnen? Ha. Sehr gut. Ja, war blöd. Knochen jetzt weg. Okay. Aber dann haben wir das jetzt gelernt. Ich wusste nicht, wie genau das funktioniert. Ich nehme es als Forschungskosten. Ich verbuche das als Forschungskosten. Ich habe ewig nicht mehr mit forgotten. Ah. Okay, diesmal müssen wir auf jeden Fall den Shop besuchen, weil wir kriegen hier... Okay, wir können auch den... Oh mein Gott, hi. Wir können natürlich auch den Counterfeit. Counterfeit. Ich sage immer Counterfeit. Ich weiß nicht, warum. Nein, kriegen wir nicht. Allstopp bist du vielleicht... Yo. Abflug in den Engelraum. Ich werde natürlich erst die Ebene zu Ende spielen. Aber das Ding ist, wir haben hier keinen Devil Deal. Denn wir kriegen hier auf jeden Fall den Engelraum. Das heißt, auch Joker bringt uns auf jeden Fall in den Engelraum. Aber vielleicht kommt ja der Engelraum auch von selbst. Wir haben ja im Moment noch 9% Wahrscheinlichkeit. Die ist ja nicht null. Ne? Die ist ja nicht null. Insofern... Wenn wir da natürlich drauf schauen, dass wir da einen stabilen Abflug machen. Liegt im Moment schon ein Herz rum? Nein, solange kein Herz rumliegt, mit dem ich mich heilen kann, gehe ich da noch nicht durch. Aber da ich jetzt schon den Rotherdschaden gezogen habe, werde ich auf jeden Fall, sobald ich ein Herz irgendwo habe... Ah, wobei, wir könnten uns vielleicht reinsprengen. Okay, können wir nicht. Ach, der Raum unten war... Ja, dumm. Sorry. Ich habe nicht aufgepasst. Mein Fehler, ich habe nicht aufgepasst. So, wir sprengen auf den Verdacht, dass... Okay, okay. Ich meine, solange sowas bei den Steinen rauskommt, ist es ja einfach nur ein Gewinn gewesen. Moin. Jetzt können wir durchgehen. Jetzt können wir verlustfrei durchgehen. Solange er mich jetzt nicht trifft... Puh. So, vorsichtig. Okay. Oh, weia. Oh, weia, ganz... Oh, weia. Ich muss alle durchprobieren. Ich muss erstmal die Range up. Erstmal Range up. So. Bitte kein Telepilz, sonst ist meine Joker-Karte wieder weg. Okay. Okay. Na toll. Okay, immerhin hat sie mich aufgefüllt. Naja. Was soll's. War jetzt nicht das Schlimmste. War jetzt nicht der Schlimmste Ausgang, ne? Sind wir mal ehrlich. Hätte durchaus deutlich schlechter laufen können. Hier ist jetzt mein Shop. Da gibt's noch mal Münzen vorher. Rein da. More Options. Nehmen wir definitiv mit. Glaubt, das waren die Options im Itemraum. Bin mir nicht sicher. Da wir den noch nicht betreten, werden wir das erst sehen auf dem Rückweg. Ja, Mama mia. Aber da werden wir es dann erst recht sehen. So. An sich gibt es zwar ein paar Möglichkeiten. Hier könnte was sein. Stabil. Oh Gott, ich mag... Oh, den Raum mag ich so überhaupt nicht, weil da... Ah. Weil da so viele Möglichkeiten dann immer sind. Okay. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Perthrow Change ist cool. Ich weiß schon, was ich damit mache. Algis ist auch cool. Ansys ist auch cool. Degas können wir einfach einsetzen. Passage können wir auch einfach einsetzen. und hoffen, dass ein Crawl Space dabei rauskommt. Das ist kein Crawl Space. So. Also ich habe so ein paar Pläne. Ich habe so ein paar Pläne. Wir gehen jetzt erst mal... Wir gehen jetzt erst mal Bossy machen. Und dann zeige ich euch meine Pläne. So ein Ding ist das. Oh, du bist es. Denk gar nicht erst dran, hier Quatsch zu machen. Denk gar nicht erst dran. Denk gar nicht erst dran. Aua. Tschau. Okay. Es kam nicht das Erhoffte. Aber es ist okay. Denn wie gesagt, ich werde auf jeden Fall den Joker einsetzen. Und damit im Engelraum landen. Dann haben wir halt den Little Delirium. Jetzt brauche ich auch nicht mehr die Feuer sprengen, weil ich habe ja die blauen Herzen voll. Und die nützen mir nicht mal. Aber es muss ja einen Grund geben, dass man die aufladen kann. Also das muss ja einen Grund geben, dass man die aufladen kann. Das kann ja nicht sein, dass man die auflädt und dann ist da nichts. Das wäre ja irgendwie komisch. So. Das Ding ist, Perthro lassen wir hier liegen. Wir müssen auf dem Rückweg... Was ist passiert? Oh, ich habe irgendwas mit ihm. Wait, what? Oh, ich habe gechanged. Oh mein Gusch, was ist das denn? Ich kann den verlassen und dann sind die... Öh. Warum der kann schießen? Der hat die blauen Herzen. Aha. Oha. Muss der separat Sachen einsammeln oder hat der die gleichen? Okay, nee, der hat die gleichen Sachen wie ich. Yo. Oha. Habe ich gar nicht gewusst, siehste. Ähm. War bestimmt am Anfang gestanden in den Basement, wo immer erklärt wird, wie man Sachen einsetzt. Yo, das ist interessant. Äh, okay. So, ich wollte jedenfalls die Sachen hier liegen lassen. Und Resistance wollte ich erst mal mitnehmen. Äh, Vision wollte ich erst mal mitnehmen. Genau. Das war der Plan. So. Jetzt, äh, Geheimraum. Numero dos. Hier kann das schon mal nicht sein. Ja, aber dann wird's schon komisch. Dann wird's jetzt schon komisch, wo das sein soll. Der Geheimraum 2. Ja, nee. Nee, dann, äh. Werde ich da nichts weiter großartig probieren. Dann lassen wir den Geheimraum 2 einfach sein. Da seh ich, jetzt seh ich mich jetzt nicht so drin. Joa, joa, keine Ahnung. Da muss ja irgendwo sein, wo man nicht zwischen drei Räumen ist. Ne? Ich mein, möglich wäre, komm, eine Bombe probieren wir. Eine Bombe probieren wir, aber dann lassen wir's. Ja, okay. Da ist drauf. Gut. Ähm, Change lasse ich deswegen hier, weil wir hier noch einen Itemraum haben. Und den können wir dann nachher besuchen und entsprechend da dann changen, wenn wir das wollen. So. Okay, da ist wieder das Ding. Und wir haben jetzt 67,5% Engel-Deal. Und kein Satan-Deal-Chance. Auch interessant ist. Ich war doch jetzt gerade... Achso, wahrscheinlich, weil ich nicht durch die Chance reingehe. Ja, mein Gott. Und jetzt kann ich praktisch mich hier aufteilen und kann mit ihm hier... Achso. Und er hat jetzt... Er hat jetzt einfach die... Joa, dann hätte ich mit ihm ja schon ohne Boomerang den Quatsch einsammeln können. Das wusste ich. Ich wusste überhaupt nicht, wie Forgotten funktioniert. Huch. Ich hab's zumindest vergessen. Ich wusste's wahrscheinlich mal, aber ich hab's vergessen. Ist dann sozusagen dieses Ding dann unverwundbar? Also ist dann jetzt der Körper unverwundbar, nur der Geist kann getroffen werden? Müsste ja so sein, theoretisch, ne? Kann der Geist durch Türen? Nein. Kann der Geist... Ist der Geist wie Lost, dass der sozusagen hier jetzt einfach free durch kann? Oha! Oha! Ja, eigentlich hat sich dann der Boomerang... Nee, nee, erledigt hat er sich nicht. Ich kann ja mit... Kann ich da auch wieder free raus? Oder ist... Ist dann nicht mehr free raus? Okay, das ist dann das halbe Herz. Ja, das ist ja voll in Ordnung. Oh lol. Dann war's ja sogar gut, dass ich die blauen Herzen gesammelt habe. Ich hab... Ich mein, die hat's angezeigt. Es musste irgendeinen Grund geben, warum es die anzeigt. Aber ich hab das halt... Ich hab das nicht mehr gewusst. Ich hab das einfach überhaupt nicht mehr... Ich hab... Ey, ich hab doch keine Ahnung. Haha! Lul! Yo! Wo kam das? Achso, das ist von meinem Mini-Delirium-Kollegen. Der die... Der die Dings... Äh... Imitiert. Die... 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 Familiars. Find ich gut. Da komm, das machen wir dann so. Oder kann jetzt... Also kann der Körb jetzt angegriffen werden oder nur der Geist? Wahrscheinlich nur der Geist, ne? Ah, das juckt den überhaupt nicht. Der ist ja richtig cool. Hui! Der ist ja richtig cool. Okay. 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 Ja, aber hätte ich am Anfang... Hätte ich, äh... Praktisch mir die Sache auch so holen können. Okay, wo... Ich hab... Ich sag's zum fünften Mal. Ich hab literally überhaupt keine Ahnung mehr von... Von... Vergotten gehabt. Also, sorry, wenn ich mich da jetzt richtig dumm angestellt habe. Okay. Mir wurde gesagt... Das probier ich jetzt aus. Ich kann mich in den Challenge-Raum reinsprengen. Selbst wenn er zu ist. Das probieren wir jetzt aus. Ha! Oh. Übernehmen Sie bitte mal. Der Herr. Oh, der zieht einfach durch. Jo, das ist ja chillig. Das ist ja übelst chillig. Oh, das war knapp. Der hat mir fast, äh... Weh getan. Jo, das war doch nett. Das war doch nett. Aber hab ich jetzt... Aber hab ich jetzt... Ist das... Pflaster nicht eigentlich zwei HP? Habe ich nur ein HP plus bekommen? Ja, wahrscheinlich hab ich einen Knochen als bekommen oder so. Man weiß es nicht so genau. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich natürlich eher in den Dings reingesprengt war. Hab ich nicht ganz nachgedacht. Ist aber in Ordnung. Kann man... Kann man mitarbeiten trotzdem, ne? Kann man mitarbeiten. Jo, einfach ein neues Knochenherz. Haben wir schon ein Herz zum Auff... Ja, wir haben ein Herz zum Auffüllen. Bevor es gleich wieder kaputt geht, nämlich. Wait, warum hab ich jetzt... Einen geringeren Deal? Ich hab irgendwann die Deal-Chance verloren. Wann war das denn? Geht es hier auch bei blauen... Hä? Es ist doch kein Knochenherz. Es ist ein Knochenherz draufgegangen irgendwann. Hab ich was verpasst? Könnt ihr mal hier hoch... Ihr könnt nicht mehr hier hoch sprengen. Schade. Aber stimmt, ich kann es mir einfach so holen. Stimmt, es ist ja jetzt alles for free. LOL. Hab das überhaupt nicht... Das ist ja dann richtig stabil, was er drauf hat. Dann sehe ich das doch richtig... Wait. Aber die Stacheln machen dem Geist nix aus, oder? Ja. Hat man noch nicht. Let's go. Na gut, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Oh, aber jetzt hab ich Dings liegen lassen. Wischen. Checken wir uns mal wischen wieder zurück. Bruder. Mach hier nicht alles kaputt. Das mach schon ich. Wir sind voll. Wir sind voll. Mehr Herzen geht nicht. Ich glaube nicht, dass noch ein HP-Up jetzt sozusagen ihn überschreiben wird. Und da ist der Shop. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Nochmal more options. Und zwar jetzt das Boss more options, ne? Ja, das ist jetzt das Boss more options. Lul. Coole Sache. Okay. Okay. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich hab das mit dem Geist komplett verdrängt. Ich hab das mit dem Geist komplett verdrängt. Ihr werdet euch den ersten... Oh, mein Gott, die... Die, die, die... Ja. Am Anfang werdet ihr euch einfach gedacht haben, was macht der Idiot da? Das habt ihr euch völlig zurecht gedacht. Okay. Wir haben genug Bomben. Ich würde mal hier probieren. Treffer versenkt. Bevor ich nämlich Wischen einsetze. Das war ziemlich offensichtlich. Okay, werde ich mitnehmen. Kann ich's überhaupt jetzt noch mitnehmen? Wir probieren's nachher aus. Ob das dann... Aber das kann ja eigentlich kein blaues Herz überschreiben. Wir haben ja dann eigentlich schon alles. Ich muss jetzt nur noch mal den Rest ablaufen der Ebene. Wegen... Dingsherzen. Äh... Wegen... Nicht Itemraum. Wegen... Planetarium. Aber da war nix. Kein Planetarium. Okay, weiter im Programm. Itemraum wird immer noch geskippt. Wir haben richtig viele Items nachher zum Holen noch. Richtig viele Items nachher zum Holen. Okay. Dann gehen wir Boss machen. Was haben wir denn hier Hübsches? Eine Spinne haben wir hier. Erstmal Spinne freezen. Erstmal Spinne. Einfach weg schnetzeln. Ja, Perfektiko. Äh, äh, da nehmen wir natürlich das Speed Up mit, weil... Ich hab das immer PJ5 genannt. Es ist natürlich PJs. Einfach die Mehrzahl von Pyjamas. Da nehmen wir natürlich den Kollegen hier mit. Weil wir haben nämlich schon ordentliches Speed Down bekommen. Oh mein Gott. Das ist immens gut. So, und wie wirkt sich das jetzt aus? Ich meine, jetzt kriege ich... Kriege ich jetzt... Wird jetzt ein blaues Herz gekillt? Oder... Oder was passiert jetzt? Ja, nix passiert. Cool. Alles klar. Hätten wir jetzt wieder eins verloren, würden wir wieder eins zurückbekommen. Hätte ich also aufheben sollen. Aber musste ich einmal austesten. Okay. Dann würde ich sagen, weiter im Programm, ne? Oh, ich hab... Ah, jetzt kopiert er mich gerade. Ist auch lustig. Ähm, ja. Ach, nein. The Body war, glaube ich... 3H Plus, Herzen Plus oder so. Ich glaube, das hat jetzt gar nicht mal so viel gebracht, dieses Engel-Item. Aber ist egal. Wurscht. Ich glaube, das waren einfach 3HP Plus. Irgendwie sowas. Habe ich da in Erinnerung. Wie gesagt, wurscht. Da hatte einer eine Krone am Kopf. Wait, haben wir jetzt irgendein Item, was relevant? Was? Gegner? Krone? Es gab mal ein Item, wo es hieß, man muss immer als erstes die mit einer Krone am Kopf besiegen. Haben wir jetzt immer eine Krone am Kopf bei Gegnern? Wenn es mehrere sind? Ist das so ein Ding? Muss ich mal aufpassen. Dann muss ich die in der Reihenfolge kaputt machen, wie die Krone ist. Hatte einer eine Krone? Nö. Okay, dann habe ich mich da vielleicht getäuscht. Aua. Schnell wieder Herzen sammeln. Dass wir hier ja nicht unsere Zeug verloren. Okay, hier ist ein interessanter... Komme ich mit dem Geist bis dahinter? Stabil. Itemraum bleibt Itemraum. Speed Down kannst du behalten. So. Ich würde wischen, wenn es möglich... Wenn es möglich ist, würde ich wischen behalten, bis... Dings. Bis Gehenna und dann da einfach ganz fix. Oh boy. Mein Knochenherz ist gleich weg, wenn ich nicht aufpasse. Weil die immer ein ganzes Herz Schaden leider machen. Jetzt ist nur noch eher übrig. Nein, zwei sind noch übrig mindestens. Jetzt ist nur noch eher übrig. Krieg ich ein Herz zurück? Nein, schade. Haben wir ein Herz irgendwo rumfliegen im Moment? Nein, schade. Ah, das eine Knochenherz wird mich gleich... ...wird sich gleich verabschieden. Aber dann ist es so. Du triffst mich nicht. Aber du gibst mir auch kein Herz zurück. Cooles Ding. Könnte ein Herz rauskommen. Ah. Wir machen es mal so. Aua. Aua. Aber da ist mein Herz. Ah, ich kann es für ihn einsammeln. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Lass mich in Ruhe. Verzieht euch. Nee. Okay, wir wechseln mal. Dann soll er das übernehmen. Er hat ja wieder... ...dings. Er hat ja sein Herz zurück. Und er kriegt auch sein Herz wieder zurück. Was haben wir hier? Sven nützt mir nix. Okay, cool. Ja, war jetzt nicht so der erfolgreichste Challenge-Raum, glaube ich. Aber was soll's. Shop. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt in den Kampf reinrennen. Aber dann ist es so. Kein... Okay. Ich gucke jetzt nach. Das ist Birthright. Und Birthright hat nicht bei jedem einen Effekt. Deswegen werde ich jetzt nachgucken. Ich werde Birthright nicht kaufen, wenn es bei... ...ähm... ...forgotten keinen Effekt hat. So ein Ding ist das. So, Birthright. Forgotten. Your soul is now unchained and free to move. Give me that shit. Ich bin einfach lost. Ich bin einfach lost. Nice. Nice. Und dieses Pillending war, glaube ich, man kann mehr Pillen tragen, ne? Ich glaube, das war die... ...die... ...die Pill... ...irgendwas. Ich glaube, da kann man mehr Pillen tragen. Ja, erlaubt zwei Pillen... ...äh... ...mitzunehmen. Changes all Cards and Rune Drops into Pills. Ähm... ...ich habe gerade ein bisschen Angst, dass mir mein Cracked Key... ...dann vielleicht so eine Pille... Okay, ich nehme es mal lieber nicht. Nicht, dass der den auch in eine Pille ändert. Den Cracked Key. Das wäre nicht so stabil. Jo, aber das heißt, ich kann jetzt einfach... ...das ist ja richtig, richtig stabil. Also wenn Birthright sozusagen... ...äh... ...bei einem Charakter implementiert ist... ...dann macht es was, was positiv genau für den Charakter ist. Ich... ...ich verstehe. Das ist cool. Und wir haben so viele Bomben, ich werde noch nicht Vision einsetzen. Wir werden einfach ein bisschen rumprobieren. Wir werden einfach ein bisschen rumprobieren. Wir haben genug Bomben zum Ausprobieren. Und bisher sehe ich da nichts, wo ein Geheimraum sein könnte. Da wäre jetzt die erste Möglichkeit, je nachdem, was der Raum da nach oben sagt. Was erzählt der Raum hier nach oben? Der Raum hier nach oben erzählt, da könnte ein Geheimraum sein. Okay. Dann werden wir das doch gleich mal ausprobieren. Der ist einfach versenkt. Ja, okay. Ne? Ich kann jetzt ja fliehen. Ich bin ja einfach lost. Ich bin jetzt einfach lost und habe auch noch Spektral-Tränen scheinbar. Das ist ja... Das ist ja böse OP. Ja, moin. Das ist ja sick. Wie wirkt sich das denn dann erst aus auf alles andere? So, hier. Hui. Okay. Weil jetzt habe ich den Körper gar nicht mitgenommen. Der Körper steht einfach noch draußen. Kann ich den ganzen Körper... Wait. Ich kann einfach mit der Seele hier weiter durch. Ich kann den Körper einfach komplett liegen lassen. Das ist ja noch lustiger. Planetarium! Zeitwurz. Zeit ist worn. Zeit ist geworden. Was haben wir hier Hübsches? Neptunus. Open the Floodgates. Das war das Ding, dass man... Ähm... Genau. Dass, wenn man sich das aufgeladen hat, dann hat man so einen Megaschuss. Hui. Man kann immer wieder kurz aufladen und dann hat man so ein Maschinengewehr einfach. Das ist richtig cool. Yo, Forgotten ist übelst nice. Ich habe das komplett vergessen. Kann ich mich jetzt eigentlich einfach zurück zu meinem Körperporten, indem ich sage ciao? Yo, das ist voll gut. Das ist voll gut. Das hat einfach nur Vorteile. Crazy. Und dann können wir jetzt schon in den Itemraum reingehen. Wir können jetzt einfach schon in den Itemraum reingehen. Wir haben ja gerade unser Planetarium-Item bekommen. Cool. Cool, 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 cool. Da haben wir den Bird und den Cube-Dings da. Wir nehmen den Bird mit. Oder? Schon, ne? Schon. Okay. Und wir haben ja noch richtig viele Items auf dem Rückweg. Jo, das ist sick. Kann er jetzt eigentlich... Aber er hat jetzt nicht so einen Effekt. Den hat praktisch nur der Geist. Den hat diesen Effekt da. Okay. Dieses Floodgates-Ding. Ja, coole Sache. Ähm. Ach ja, da haben wir gesagt, das kaufen wir nicht. Gut. Dann haben wir alles in der Ebene getan, was wir tun wollten und konnten und mussten und, und, und hatten und, 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 Abflug. So. Ich kann ja überall hin. Hui. 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 Oh. Ähm. Hui. Hui. Lul. Okay. Äh. Das HP-Up nützt mir nix. Ich bin ganz ehrlich. Ich lass das einfach jetzt mal so. Und sollten wir ein Knochenherz auf dem Weg zurück verloren haben, kann ich mir das ja immer noch holen, dieses HP-Up. Ich würde es jetzt einfach mal hier speichern. Warum denn nicht? Nö? Sollte ich dann Knochenherz verloren haben auf dem Rückweg bis hierher, kann ich mir eins wiederholen. Und Geld haben wir eh genug. Aktuell. Ja, wir lassen das jetzt so. Wir lassen das jetzt hier einfach so stehen. Wir lassen das jetzt hier einfach so stehen. Weil wir es können. Und jetzt muss ich aufpassen, nächste Ebene ist dann natürlich Marm. Bitte kein Fluch. Okay, kein Fluch ist schon mal gut. Kann der Geist vielleicht hier auch einfach schon durch? Nein. Aber dann würde ich jetzt mit dem Geist hier durchsegeln. Ich meine, der Geist ist viel besser. La, was? La, was? Dann gehen wir doch gleich hier durch, weil warum nicht? Gehen wir doch gleich rein. Okay. Give me that. Wait, ich kann jetzt einfach so zurück. Ohne zu... Ich kann einfach so zurück. Das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Was der Kollege kann. So, gib mir mal mein, mein, mein Wischen wieder. Wobei, ich würde... Okay, wir... Ich lasse Wischen einfach mal gleich hier liegen. Ich werde Wischen in der Ebene eh wahrscheinlich nicht einsetzen. Ich will Wischen eigentlich für die letzte Ebene haben. Ne, so ein Ding ist das. Und dann passt das. Dann kann Wischen hier gleich mal liegen bleiben. Wir müssen die Default-Karte suchen. Okay, aber... Das, was ich jetzt mache, geht natürlich nur... Das fällt mir gerade ein. Was ich jetzt mache, geht natürlich nur wegen Birthright. Also Birthright ist wahrscheinlich das, was wirklich OP ist. Das heißt, man kann nur hoffen, dass bei allen Charakteren irgendwann mal Birthright implementiert ist. Bisher ist es halt wirklich noch nicht bei allen implementiert. Was irgendwie traurig ist. Berges könnten wir einfach einsetzen, aber im Moment ist es Quatsch. Äh, weil... Weil... Oh! Bücherei! Bücherei! Jumpen müssen wir nicht. Satanic Bibel können wir einsetzen. Und machen hier schwarze Herzen draus. Vorsichtig. Hier wird es gleich etwas ungemütlich sein. Könnte es eventuell werden. Aber kann er über... Äh, scheiße. Wieso ist denn der jetzt... Hä? Haben die das aufgesprengt? Ups. Das war nicht der Plan. Okay. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage, könnte da der Geheimraum sein? Und die Antwort ist... Yes! Okay, an die Truhe komme ich nicht ran. Da komme ich nur mit... mit Dings ran. So, kann ich mit ihm eine Bombe legen? Und die Antwort ist... Yes! Schade. Keine Möglichkeit, sich in den Challenge-Raum zu sprengen. Ich habe es versucht. Ihr seid Zeuge. Ihr seid Zeuge, wie ich es versucht habe. Hier könnte der andere sein. Treffer versenkt. Ich glaube, sein Damage kann ich nicht verändern. Ich glaube, es verändert sich nur das Damage vom... vom Knochen-Typ selbst. Ich glaube, so ist es. Ah, okay. Ja, okay. Gut. Gut, 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 gut. Dann gehen wir nach unten. Wir haben noch alles Mögliche zu finden. Wir haben noch den Item-Raum zu finden. Wir haben noch den Knochen zu finden. Ah, ich habe noch gar nicht nach dem Stimmt. Ich habe noch gar nicht nach The Fool geschaut. Wir haben noch den Shop zu finden. Hier ist es schon mal nicht. War hier ein Knochen-Dings? Nee, na, nee, okay. War hier ein Knochen-Dings? Nein. So, bevor ich es vergesse, gehen wir jetzt gleich mal für die Truhe hier unten. Ja, das war doch schon mal gut. Sollten wir jetzt mit dem Blauen mal getroffen werden, mit dem Geist, wissen wir Bescheid. Nimmt der Geist eigentlich? Ja, der Geist nimmt den mit auch. Sehr gut. Okay, da ist der Shop. Dann werden wir da gleich mal reingehen und unseren chilligen Kollegen mitnehmen. Mehr Buddies sind mehr Buddies sind mehr Buddies. Pui-Ma. Ich weiß jetzt, warum er forgotten heißt, weil man einfach forgett, wie er funktioniert. Hahaha. Okay, Entschuldigung. Es ist mir so rausgerutscht. Please. Da ist das. Da, 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 da. Was da ist, was wir, was ist das? Credit Card. Ja, die nützt mir jetzt gar nichts mehr. Äh, die ist doch das ein Item im Shop. Günstiger? Nee. Wait, wait, wait. Was macht die Credit Card? Ach nee, die macht alles free. Oh, die würde auch einen Devil Deal free machen. Aber ich kann sie nicht mit zum Boss nehmen. Ja, schade. Die macht alles free. Okay. Dann würde ich die... Ja, aber dann kann ich... Ja, okay, dann nehme ich halt Vision nicht mehr mit. Ganz ehrlich, dann nehme ich Vision nicht mit. Dann nehme ich die mit. Und dann haben wir die halt für den nächsten Shop. So, dann lege ich das jetzt hier ab. So. Und wir fliegen noch eine Runde wieder los. Okay. Buh! Ach so, ja. Das tut mir ja nichts. Das tut mir ja nichts. Alles gut. Ich habe mich kurz erschrocken. So, dann holen wir uns gleich mal die The Fool. Nicht, dass wir uns irgendwie in den Boss noch stolpern. Das wäre nicht so cool. Na, dann habe ich die jetzt schon mal dabei. So, da ist der Boss. Okay, haben wir den Boss schon mal gefunden. Was passiert eigentlich, wenn ich als Geist in den Bossraum gehe und der Körper nicht hinterher zieht? Kann man... Also geht das auch? Also kann... Also ist das... Ist das... Ist das ein Ding? Ist das eine... Eine... Eine Möglichkeit, die existiert? Oha. Jetzt wird es... Jetzt wird es wieder ungemütlich, weil der wird mir HP abgeben. Hat der einen guten Pool? Kann der mir was Brauchbares als... Der wird mir ein HP abgeben. Ich werde jetzt meine Münzen wieder verschwenden. Ja. Schade. Nützt mir nichts. Aber einsammeln tut auch nicht weh, oder? Äh, vielleicht... Vielleicht verliere ich noch ein Knochenherz gegen Mom. Dann könnte ich mir hier ein HP abwiederholen. Doch, doch, doch. Alles gut, alles gut, alles gut. Bin nur doof. Alles gut. Und da ist dann der Itemraum. Stabil. So, können wir erstmal das Feuer hier wegfluten. Und dann fluten wir euch weg. Es ist schade, dass er aber kein Damage ab... Ich glaube, er kann kein Damage abbekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht den Eindruck, dass er die Damage-Ups erhält. Aber ist ja wurscht. Oh, noch ein Twinket? Welches ist denn das? Ich habe mich verklickt. Ich bin in Discord rein. Wollte ich nicht. Ich irgendwas. Ich... Lose. Small chance to spawn a friendly attack spider-violent hostile rooms with enemies. Ja, okay. Dann würde ich die gleich mal in den Itemraum legen. Einlegen. Okay. Äh... Das eine sieht nach einem Familia aus. Und was kann der? Wie so eine Vogelscheuche. Oder so eine Voodoo-Puppe eher. So, mal gucken, wo ich den finde. Ist der ein Repentance? Ja, der ist ein Repentance-Item. Stitches. Während man es hält, spawnt dieses Item ein Familia that can be moved around using the Arrow-Keys and deals 1.5 damage per tick to any enemies it touches. Ach, nee. Das ist Active. Ein Active-Item. Nee, das klingt nicht. Das... Das klingt nicht. Das ist eigentlich ähnlich. Das ist eigentlich ähnlich wie das, was ich gerade als Geist kann. Äh, nur eben als Dings. Und das daneben... Naja, gut, das daneben ist Dirty Mind. Äh, dass der Pup so... so Viecher spawnt. Ja, nehmen wir mit. Weil ich hab halt nix... Also, dann ist das immer noch besser. Ich würd gern meinen Bumerang noch behalten. To be honest. Also, das halte ich für schlauer. Weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht seht ihr das anders, aber dann ist das so. So, ich wollte das Ding hier ablegen, ne? Ah! Gott, ich bin erschrocken kurz. Äh. Ach so, sobald ich Dings drücke... Ja, okay. Sobald ich die Taste drücke, switchen die. So. Fool auf jeden Fall wieder mitnehmen. Na, dann können wir jetzt eh zu... Jetzt können wir eh als Dings zum Boss laufen, bevor da irgendwas schief geht. Bevor da irgendwas schief geht, laufen wir jetzt als Dings wieder zum Boss. Sollten wir ein Knochenherz verlieren, ist es nicht so draymatig, weil wir ein HP ab hier oben noch liegen haben. Das wär also nicht der schlimmste Ausgang. Insofern bin ich ganz guter Dinge. Ja, Purity nützt mir nicht mal jetzt was. Aber insofern bin ich ganz guter Dinge, dass wir hier mit nem guten, recht guten Geschichte rausgehen. Mal gucken, wie's läuft. The Fool hab ich dabei, das ist erstmal das Wichtigste. Moin! Oh, die rote Mom. Vorsicht! Ah, Mist! Aber wie gesagt, theoretisch darf sie sogar mir ein Dings abziehen. Das wär gar nicht mal das Schlimmste. Und tschüss! Noch ein Engelraum! Yes! Yes! Wir haben so ein Glück mit Engelräumen. Ich mein, die Wahrscheinlichkeit war ungefähr gleich für Engel und Devil, ne? Halo auch sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. The Fool und ab dafür. So, dann nehmen wir... Na, jetzt nehm ich aber wirklich die Credit Card mit. Ganz ehrlich. Dann pfeife ich auf Vision. Dann nehm ich lieber die Credit Card mit und muss dann kein Geld ausgeben für das... Für was auch immer gleich im Shop zu finden ist, ne? Okay. Abflug. Wir hier machen wir eh nix. Wir machen hier eh nix kaputt. Einfach runter. Einfach runter. Einfach runter. So. Curse of the Maze. Okay, nicht so dramatisch. Nicht so dramatisch. Das Schlimmste, was passieren kann, weiß ich nicht. Gehen wir gleich als Geist los? Wir gehen gleich als Geist los. Aha. Sehr schön. Boom. So, ich probier dann gleich mal was aus. Direkt getroffen. Ja, wie ihr seht, Vision ist nicht mal notwendig, ne? Oh, nice. Das kann doch nur... Oh, yes. Das kann doch nur gut sein. Wahrscheinlich freue ich mich dann auch wieder, wenn der Cap schon längst erreicht. Ah, okay, hallo. Da haben wir direkt den Bossraum gefunden. Da wollen wir allerdings noch lange nicht hin. Da können wir aber jetzt gleich mal gucken, ob wir die anderen Geheimraum auch gleich finden. Nein, okay. Ah, der, 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 die, die machen mal so richtig böse Zeug. Aber ist in Ordnung. Okay. Dann ist da nichts weiter. Hier könnte noch einer sein. Auch nicht. Okay. Ah. Kritischer. Moment. Itemraum gefunden. Ist schon mal gut. Das Knochenherz können wir nicht mal mitnehmen im Moment. Kann ich also verkraften. Muss mir gucken, dass da keine Stachelkiste bei ist. Passt aber. So, was haben wir hier? Lass mal gucken, ob irgendwas gefährlich ist. Ähm. Ich mach mal kurz das Feuer weg. Bevor mich das irgendwann versehentlich abschießt. So. Das ist doch schon wieder der Dude, der so zu dem großen Viech wird, ne? Was dann rumrennt und mir Sachen droppt und so weiter. Das ist doch schon wieder der Dude. Den wir das letzte Mal schon hatten. Ich hab nur vergessen, wie er heißt. Ach ja, Bumbo. Genau, das ist Bumbo. Was ist das andere Ding? Das kann ich jetzt leider auch nur nach dem Aussehen suchen. Weil mir dessen namentlich sagt mir das überhaupt... Also namentlich wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie das heißen könnte. Ähm. Oh Gott, was ist das? Wo gibt's das? Ah. Ah, das ist Lil Dumpy. Floats around and farts when it gets hit or touched by enemies. Random farts are chosen. Boah, weiß ich nicht. Dann nehm ich doch lieber wieder den Bumbo mit. Also das Fragezeichen-Ding trau... Ach ne, stopp. Ihr habt mir mal geschrieben. Das Fragezeichen wird revealed, wenn man auf dem Rückweg ist. Dann warten wir. Dann warten wir. Wenn das Fragezeichen sowieso noch revealed wird, dann warten wir einfach die Runde ab. Dann muss ich jetzt nur den Shop finden. Dann muss ich jetzt nur den Shop finden. Und dann sind wir auch schon fertig hier. Ah, und in den Curse-Room. Curse-Room, Curse-Room, Curse-Room. Perfekt. Okay, einfach wieder zurück. Und dann geht's hier nach unten noch zum Shop. Dann haben wir ja alles gesehen. Wow. Full Health. Die würde ich... Naja, gut, ich kann halt eh nix mitnehmen, leider. Nein, eh, oh Gott, falsche... Oh, falsche Taste. Wollte ich nicht drücken. Aber ist nicht so schock. Okay, hi. Das sind die, die sich aufteilen, ne? In ganz viele Millionen Viecher. Aber ich kann mich eigentlich einfach verstecken hinter dem Stein. Und alles ist cool. Junge, 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 junge. So, haben wir es jetzt geschafft? Cool. Ach, so hätte ich... Ah, so hätte ich das eigentlich machen müssen. Ja, ist okay. Kann ich mitleben? Walsche Richtung. Ich muss die denn gar kaputt machen. Und den Typ in der Mitte wahrscheinlich. Aber den kann ich gar nicht angreifen. Okay. Ah, der macht sich weg, wenn die weg sind. Okay, alles klar. So, hier können wir noch eine Bombe probieren. Und hier können wir noch eine Bombe probieren. Ich find den noch. Ich hab genug Bomben. Ich find den noch. Ah, shit. Wir sind so kritisch, ne? So, hier können wir auch eine Bombe probieren. Und hier können wir eine Bombe probieren. Und da ist der Shop. Die Schlüssel... Die Schlüssel sind mir grad fast ein bisschen... ...zu whiskey. Okay, einen Hammer. Ach, geh! Wofür hab ich die Credit Card mitgenommen, du blödes... ...Gesicht? Wo kann der da durchschießen? Okay. Ja, na toll. Na toll. Dafür hab ich nicht die Credit Card mitgenommen. Man. So, ah, aber dann probieren wir hier zumindest noch. Aber kann es jetzt überhaupt, wenn der Kampf hier war, kann dann hier überhaupt... Ach, das gibt's doch nicht. Ich find den halt echt nicht, ne? Ich find den halt echt nicht. Hab ich jetzt nicht alles durchprobiert? Wo hab ich denn noch nicht gesprengt? Ich find, ich hab alles ausprobiert... Glaub's? Ach, dann... Dann halt nicht. Dann halt kein super Geheimraum. Jetzt hab ich die Credit Card umsonst mitgenommen. Was ein Quatsch. Dann nehmen wir jetzt Full Half mit. Solange wir es brauchen. Ne? Ich will... Ich will gar nicht spielen diesmal. Ganz ehrlich. Ich will jetzt... Ich will einfach gar nicht spielen. Ich will einfach gehen. Ich will einfach nur gehen. Oh, etwas... Hä? Waren wir in... Hä? Habe ich hier nicht schon gesprengt? Ja, habe ich... Äh, okay. Das war ja strange. Okay. Ähm. Wir haben ein Trinket abgelegt, richtig? Und zwar... Nein, ich geh auf Nummer sicher. Wir lassen das mit Full Half. Sorry. Wir lassen das mit Full Half und nehmen gleich dann Dings mit. So machen wir es. Ist mir sicherer. Ist mir sicherer. Wir nehmen gleich... Ähm... Den Crack Key mit. Ich werde hier kein Risiko eingehen. Ich nehme jetzt schon den Crack Key mit. Und ich muss böse aufpassen. Wenn ich jetzt hier als Geist durchgehe, dass ich nicht die Taste zu lange drücke, dass ich den Crack Key plötzlich liegen lasse oder so ein Quatsch. Da muss ich jetzt echt böse aufpassen. So, hier wollen wir noch nicht. Wir wollen noch den Item Raum. Wir wollen noch den Item Raum. In der Hoffnung, dass jetzt das Item in der Mitte sichtbar und brauchbarer ist. Was bist du denn? Was bist du denn? Es war dieser Pudding. Ich hatte schon mal diesen Pudding. Ich hatte diesen Pudding schon mal und ich hab's wieder vergessen. Was er tut. So, Pudding. Wo bist du? Was bist du? Du bist, glaube ich, ein Repentance Item gewesen. Aber wie hast du geheißen? Du heißt nicht Pudding. Hast du irgendwas mit Gelee? Oder ist das... Ich glaube, das hatte wirklich so einen Wabbel. Na, ah ja, hier. Fruitcake. Ah, gives you a different tier effect with every tier that you fire. Ja, okay. Dann ist das von denen, die ich hier habe, glaube ich, noch das Beste. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das auf mich überhaupt eine Auswirkung hat. Hat es. Perfekt. Hat es. Alles klar. Optimal. Wunderbärchen. Wunderbärchen. So. Dann. Abflug. Passt. Ne? Passt. Wir müssen jetzt so gut wie jeden Item Raum besuchen. So gut wie. Nicht ganz jeden. Aber so gut wie jeden. Okay. Ich gehe wieder als er los. Weil ich denke, wenn er Herzen verliert, ist es nicht so ganz so dramatisch, solange ich meine Knochenherzen behalten kann. Das ist jetzt im Moment so ein bisschen meine Theorie. Ich weiß gar nicht, ob der Geist auch sterben darf oder nicht. Oder doch. Oder so. Keine Ahnung. Okay. Okay, ich glaube, hier war Item Raum technisch nix mehr, ne? Das haben wir mitgenommen. Hier wäre jetzt der Cracked Key im Item Raum. Und da ich den aber schon dabei habe, können wir einfach weitergehen. Ich glaube, hier wird mal das jetzt liegen. Ich glaube, hier wird das jetzt liegen. Ich glaube, hier wird das jetzt liegen. Okay. Ja gut, dann spielen wir jetzt halt ne Runde. Ich mein... Hä? Wer bist du denn? Du kommst von... Wahrscheinlich... Du kommst von der... Von dem... Ja, ja. Ich weiß, weher du kommst. Nein! Ach, hab ich zu spät gesehen. Hab ich zu spät gesehen. Okay. Ich glaube, in dem Item Raum waren wir auch noch drin. Ja, da waren wir drin. Dann geht's einfach weiter, sobald wir hier durch sind. Dann geht's einfach weiter, sobald wir hier durch sind. Wir sind durch. Ich glaube, jetzt kommt der Change. Ne, dann ist... Dann haben wir den Item... Ne, den haben... Aber den Item Raum haben wir noch nicht ge... Oh, okay. Alles klar. Aber diesen Item Raum haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht geholt. Ich glaube, den müssen wir uns mitnehmen. Ja, wir werden's ja gleich sehen. Ah, scheiße. Ja, da waren wir noch nicht drin. Ja, wir könnten Bücherwurm werden, ne? Die Feder ist zwar ein cooles Item... Aber da ich schon zwei Bücher hatte, würde ich jetzt Bücherwurm werden. Ich glaube, das ist besser am Endeffekt. Als die Feder. Die Feder kann ich halt einmal einsetzen und das war's dann. Ne, wir werden Bücherwurm. Hoffentlich. Yes! Wir werden Bücherwurm. Sehr schön. Gut. Oha, da drüben ist was. Da drüben ist Party. Scheiße. Ich muss ein bisschen auf die blauen Herzen achten, ne? Sonst wird's kritisch. Also müssen wir schon wieder auf blaue Steine und so auch gucken. So ist nicht. Wait, die Chaos Card? Ist das nicht die, die instant killt? Ja! Aber ich kann sie nicht mitnehmen, weil ich fucking Dings hab. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ich könnte sie gegen den Gegner werfen oder so. Aber ich hab Angst, dass ich den Crack Key vergesse. Deswegen lass ich sie gleich liegen. Sorry. Okay, es geht direkt weiter. Ah, wait, jetzt hab ich wirklich das HP ab unten liegen. Äh, ja, okay. Aber daran hab ich gar nicht mehr gedacht gerade. Dann hab ich grad überhaupt nicht mehr gedacht. Jetzt hab ich das wirklich einfach... Ah, nee, komm, hier laufen wir einfach so. Wir gehen so durch. Das war ja kompletter Quatsch, was ich gemacht habe. Das war ja kompletter Quatsch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Egal. Passt schon. So, hier hab ich jetzt Change rumfliegen. Genau. Das heißt, wir suchen jetzt den Itemraum. Und wenn der Itemraum kacke ist, können wir schön rerolen. So ein Ding ist das. Da ist er schon. Das wäre ziemlich dumm. So, was haben wir denn hier Hübsches? Das ist Capricorn. Plus HP ab, plus 0,5 Damage ab, Tier Delay, Tears ab, Speed Up, Range ab. Es sei denn, All Stats ab. Okay, ich hätte doch einfach gleich All Stats ablesen können. Und dann haben wir aber die Revenge Fly. Die würde ich fast bevorzugen. Und dann will ich eigentlich gar nichts changen hier. Ich würde mir die Revenge Fly schnappen. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde mir die Revenge Fly schnappen. Na? Weil die schon eigentlich nice ist. Ich schnappe die Revenge Fly. Ja, dann changen wir halt nichts. Wir haben jetzt leider nichts mehr zum Change. Und dann hole ich mir gleich wieder den Key. Bevor ich da Müll mache. Resistance nützt mir leider auch. Dann nix mehr. Ich meine, ich könnte Resistance nutzen, um hier durch irgendeinen Raum durchzukommen, der vielleicht blöd ist. Ah, scheiße. Okay, wir sollten vielleicht mal mit dem Knochen Heinz weitergehen. Weil der kann sich zumindest aufladen, wenn er nicht komplett seine Herzen verliert. Ich würde jetzt gerne nämlich nicht den Geist draufgehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob der draufgehen darf. Ich schätze mal, nein. Ich schätze mal, der darf nicht einfach draufgehen. Das wäre ziemlich komisch. Was ich mich nur gerade frage. Auf was geht eigentlich der Kreisel von Dogma, wenn ich in die Statuen-Modus gehe? Also zielt er dann auf den Geist oder zielt er dann auf die Statue? Weil der Kreisel ja immer dahin geht, wo ich bin. Hm. Man weiß es nicht. So. Wir können ja immer erst in den Raum reingucken und wenn der Raum kacke ist für den Geist, dann kann ich ja immer noch zurück. Wo ist jetzt noch einer? Ist da noch so ein Viech? Ah, das ist noch so ein Viech. Ekelhaft. Eis. Das hat doch schon mal funktioniert. Und hier ist auch der Item-Raum. Ich werde mal gleich als Geist weiter. Ähm. Was macht denn das Golden Razor-Ding? Das heißt bestimmt Golden Razor. Ich habe es noch nie gehabt. Aber normalerweise zieht mir das ja herzab, wenn ich sowas einsetze. Das heißt tatsächlich Golden Razor. Plus 5 Coins, wenn man es aufhebt. Nimmt 5 Coins und gibt plus 1,2 Damage ab für den Current Room. Can stack as many times as you want. Ich kann Münzen opfern, um Schaden zu machen. Yo. Ciao Bumerang an der Stelle. Ciao Bumerang an der Stelle. Sehr nice. Dann nehme ich doch den Kollegen hier auch gleich mal mit. Ja. Okay, das dürfte jetzt hier kein Problem darstellen eigentlich. Andererseits, wir könnten uns auch ein... Weil ich... Problem ist, ich sehe jetzt gerade nicht, wer von mir ist und wer von den Gegnern ist. Hilfe. Weil die alle so kleine Piecher sind. Mach dich mal weg. Okay, scheinbar haben wir den Raum. Dann erstelle ich mal noch ein paar Viecher hier. Die ich auch mitnehmen kann. Oh ja, sehr geil. Der war wichtig. Und Coins sind jetzt umso wichtiger. Cool. Noch irgendwo ein cooler Stein. Scheint eher nicht der Fall zu sein. Okay. So, wo ist der Lichtstrahl? Da nicht. Schade. Oha. Tour of Clubs. Okay, setze ich einfach ein. Tour of Clubs. Okay, setze ich einfach ein. Da ist auch kein Lichtstrahl. Mein Gott. Das war frech. Da ist der Lichtstrahl. Okay, ab nach oben. Crack Key habe ich noch in der Hand, ne? Ja, nicht, dass ich da Blödsinn mache. Wäre ärgerlich. Wäre ziemlich ärgerlich. So. Kannst du bitte Priorities sein? Du bist Change. Change ist auch in Ordnung. Change ist auch in Ordnung. Please, please, don't leave us. Okay. Wir müssen den Itemraum noch finden. Da gehe ich doch einfach direkt raus. Weil der Raum war komplett useless. Ne? Aber hier müssen wir jetzt dann weitergehen. Auf jeden Fall. Ja, der Raum ist nicht viel angenehmer. Aber den müssen wir jetzt halt schaffen. Bitte triff mich nicht. Bitte triff mich nicht. Bitte geh einfach drauf. Danke. Shish. Ah ne, nicht Münzen einsammeln. Dummkopf. Okay, Itemraum. Wo bist du? Da nicht, aber der Raum sollte passen. Nope. Und ja, hier. Da wäre es erklärt worden. Switch. Da habe ich nicht drauf geachtet. Da wäre es erklärt worden, wie es geht. Okay. Okay, wir müssen den Itemraum noch finden. Gefunden. Was will ich denn mehr? Vision. Da mal einsetzen. Ist jetzt eh egal, ne? Zack. So, wir dürfen noch einmal change. Das ist das Book of Shadows. Das ist auch cool, aber ich will ja den Razer mitnehmen. Und das andere Ding ist dieses Zielteil. Äh, hier. Wie heißt das denn? Ah, ich glaube, das finde ich übers Aussehen schneller. Das ist relativ schnell zu finden. Ich will es nur ganz kurz richtig lesen, bevor ich das changee. Ich bin nämlich kurz vor... Also, ich bin im Moment... Bin ich auf Change. Dead Eye. Gives Isaac at plus 25 damage for every tier that successfully hits an enemy. Achso, es muss nicht unbedingt zurück sein. Es muss nicht unbedingt zurückgesetzt werden. Okay. Nee, ich glaube, dann ist es doch gut, oder? Gerade in Kombination mit meinem Floodgate mache ich dann ja ordentlich Schaden. Mehr Schaden als... Oder denke ich mal zumindest. Würde ich jetzt mal vermuten... Ich weiß jetzt nur nicht, wenn ich mit dem Knochen dann antantiere, weil ich ja den Dings nicht die ganze Zeit nutzen kann. Seine blauen Herzen sind ja nicht so hoch. Ah, ich könnte es auch rerollen. Aber es kann halt nur schlechter werden. Na, hier. Die Kombination ist eigentlich schon, glaube ich, für Dead Eye ganz cool. Ach, scheiß drauf. Okay, wir haben genug rote Herzen rumliegen. Vielleicht kann mir er hier ja noch Dings draus machen. Dann wäre es... Dann wäre es ein Win. Dann wäre es ein Win. Sehr geil. Äh, da wollte ich nicht rein. Aber wo ist jetzt der Crack Key? Ah, okay. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, weil dann haben wir es. Wir haben zumindest schon mal Tainted Forgotten freigeschaltet. Und wenn es jetzt nicht laufen sollte mit Dings, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Also, ja, rückwirkend wäre es jetzt ohne Change besser gewesen, aber es ist halt Risiko zu changen. Change ist immer mit Risiko verbunden. Es ist einfach so. Okay. Abflug nach oben. Ich würde erst mit dem Geist anfangen und wenn der Geist zu viele Herzen verliert, dann würde ich zu ihm wechseln. Ich denke, so machen wir es, ne? Crack Key haben wir dabei. Abflug. Passt alles. Alle Dude. Alle Dude. So, was hast du für mich? 8-Ball hast du für mich. Ja, das nehme ich doch gerne mit. Cheerio. Kann man? Also, ich... Okay. Cheerio bleibt ja hier liegen. Das kann man ja gleich noch nutzen. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir können Cheerio ja gleich noch nutzen. Ich weiß schon, was ich tue. Ich weiß schon, was ich tue. Dann haben wir hier noch was Hübsches. Nochmal ein Range. Aber ich glaube, wir werden noch zu Marm. Jawohl. Sehr geil. Dann haben wir noch das Messer hinten an uns dran. Das passt auch. So, jetzt erstmal hier. Äh, zack. Das Wichtigste. Forgotten freischalten. Oh, noch eine Challenge. Okay. Hot Potato. Hot Potato ist normalerweise irgendwie, dass man eine Bombe oder so transportieren. Oha. Was wird das denn dann werden? Man weiß es nicht. So. Und jetzt kann ich aber schön... Mit Cheerio dann nämlich ins Spiel reingehen. Kann ich direkt mit dem Geist in die Runde rein? Ja, kann ich. Sehr schön. Okay, wir wechseln. Das ist mir zu riskant hier. Ich weiß halt nicht, wie ich... den jetzt treffen soll, ohne zu schießen. Das ist jetzt nicht so geil. Ich glaube, wir weichen einfach nur aus. Ja, weg, 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 weg. Nice. Mach dich weg. Und wenn wir Dogma haben, dann läuft der Rest hoffentlich. Kriegen wir jetzt unsere Herzen zurück? Kriegen wir jetzt wieder sechs Herzen? Oder bleiben wir bei drei? Ah, scheiße. Okay, aber jetzt würde ich dann versuchen, den hier zu machen. Und nämlich ordentlich Damage mehr geben mit meinem Razor. Dann gucken wir mal, was passiert. Weil ich gar nicht weiß, ob sich das auf ihn auswirkt oder eben auf das Dings. So, das ist das, ne? Keine Ahnung. Zweifel. Also, das ist das, was ich jetzt so gut machen. Das ist das, was ich jetzt so gut machen. So, das ist das jetzt so gut. So, das ist das, was ich jetzt. Okay, er hat sich auch verabschiedet. Oh. Ah, wollte ich nicht. Mein Fehler. Ah, Mist. Okay, aber ich meine, wir machen recht gut Schaden, wenn wir nicht so schauen, wie schnell die so draufgehen, ne? Machen wir eigentlich recht ordentlich Schaden. Aua. Ah, komm schon. Mach keinen Müll. Mach keinen Müll. Nein, ach, komm schon. Hey, da unten ist ein Herz für dich, Kollege. Na, dann halt nicht. Oh. Okay. Wir wechseln mal. Okay. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt macht er seine Kacke. Okay. So, Problem ist jetzt aber halt... Ich weiß nicht, wie ich mit dem halben Herz da jetzt hier durch die Nummer kommen soll. Weil mit Forgotten müsste ich sehr nah an ihn ran. Das ist kritisch. Ich muss es eigentlich mit den Schüssen schaffen. Aber sobald ich jetzt noch ein halbes Herz verliere, muss ich zurück wechseln, weil ich nicht weiß, wie das sich auf ihn auswirft. Na, ihr erkennt das Problem. Und ich glaube, das Razor löst sich... Ich glaube, das Razor wirkt sich leider nicht auf ihn aus. Ich glaube, das Razor... Oh mein Gott. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus jetzt. Ich glaube, wir sind schon in der Verfolgerphase, ne? Und dann habe ich auch noch mein Lilirium. Der macht ja auch nochmal schön Schaden. Ja, 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 ja. Ja, ja, also... Ja, doch, ist es Lilirium. Ja, doch, das sollte passen. Ich meine, was soll jetzt noch schief gehen? So oft werde ich jetzt auch nicht mehr getroffen, dass er noch drauf gehen kann. Also, äh... Okay, ich sollte nichts sagen. Ich sollte ganz leise sein. Und bis zum Ende kämpfen. Ordentlich. Ciao. Okay, war ganz schön knapp. Gebt zu, es war etwas knapp, aber wir haben es geschafft. Huh. Huh. Spirit Shackles. Okay. Aber vor Gott ein cooler Charakter. Ganz vergessen, wie der so drauf ist. Richtig stylisch, der Typ. Vor allem mit Birthright. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Also, bis zum Schluss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.